Guten Morgen. Mein Versa-Ecosom hat nur noch ein wenig Glut. Ich hatte mir gerade 1,5 Liter Tee gemacht. Unter anderem auch hier diesen frischen Glanuseltee. Und jetzt mache ich mir meine ersten Glanuselchips. Mhhh lecker. Ich hab aber noch einmal einen Glanuselchen. Ich habe den Glanuselchen. Ich habe den Glanusel. Vielen Dank.